Auch die Freiheitlichen haben sich heute zu Wort gemeldet bei einem etwas verspäteten Neujahrsempfang in Kaltern. Zwei große Themen bestimmten den Neujahrsempfang der Freiheitlichen. Zuerst die Positionierung im Wahljahr 2018. Da gab der seit sieben Monaten amtierende Obmann Leiter Reber die Marschrichtung vor. Wo die Einwanderungsfrage, der sichere Arbeitsplatz, aber auch das Zusammenleben eine Rolle spielt. Und darauf werden wir setzen. Ich glaube, unsere Partei steht seit Jahrzehnten für eine konsequente und auch eine soziale Heimatpolitik. Und die Leute werden auch bei diesen Wahlen in diesem Bereich freuen, was die Einwanderungsfrage anbelangt, den Schmied wählen und nicht den Schmiedl. Außerdem die Nähe zur Freiheitlichen Regierungspartei in Österreich. Als Gastredner war der Südtirol-Sprecher der FPÖ, der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Werner Neubauer gekommen. Die Südtiroler Freiheitlichen sind seit kurzem wieder im Bundesvorstand der FPÖ.